Hi, ich stelle mich nochmal vor, mein Name ist Maria, ich arbeite bei Freaks. Irgendjemand hat schon einen Link gepostet im Chat. Vielen Dank dafür, auch dass ihr gewartet habt auf mich. Ich muss jetzt wahrscheinlich so ein bisschen durchrushen durch meine Präsentation, damit ich mich an den Zeitplan auch halte. Wir reden heute ein bisschen über Community-Tipps und was es zu beachten gibt, wenn man eine Live-Community moderiert. Und was halt auf jeden Fall immer ein Thema ist, ist, was ist eigentlich Community-Management? Weil viele fragen sich immer, ist das jetzt irgendwie auf Social Media posten? Ist es irgendwie Fragen beantworten? Was ist es? Oder vor allem in Live-Chat, ist es hier überhaupt irgendwie sowas wie einfach Leute wegbannen? Ist das Community-Management? Natürlich ist es das nicht. Denn Community-Management bedeutet, dass man immer lächeln muss. Das ist sehr wichtig. Also man muss halt immer positiv sein. Man muss halt alle Informationen immer absorbieren, um halt auch diese Informationen weiterzugeben. Man sollte auf jeden Fall die Community pflegen, damit sie auch eine gesunde Community ist. Man sollte seine Community auch anfeuern. Das heißt, man ist dann immer der größte Fan der Community. Man ist dann quasi der Cheerleader, die Cheerleaderin der Community. Man hat ganz verschiedene Rollen überhaupt. Man muss die Community formen, weil ansonsten wird sie halt auch nicht gesund sein. Man muss sie auch immer begrüßen und immer nett sein und dann halt auch immer schauen, okay, was brauchen die eigentlich von einem? Und was kann man für sie tun? Man ist dann quasi wie so ein Rezeptionist, der dann die Community irgendwo hinleitet. Man muss dann aber auch der Community was beibringen. Das heißt, man hat dann auch immer eine Rolle des Lehrers oder der Lehrerin und hat dann auch da einen Auftrag für die Marke, für die man dann auch in dem Fall zuständig ist, dann auch zu zeigen, was soll die Community eigentlich von dieser Marke erfahren oder was soll sie wissen? Und natürlich ist sie halt auch eine Art Kompass oder ein Richtungsweiser. Denn der Community Manager ist meistens der erste oder die erste, die in dem Fall die Community Fragen abbekommt und sollte dann die Leute dann auch irgendwo hinleiten. Dementsprechend sollte dann der Community Manager auch genau wissen, was die Marke eigentlich ausmacht und was eigentlich so passiert in der Marke. Was sind genau die Aufgaben? Viele denken immer, dass die Aufgaben von einem Community Manager oder einer Community Managerin Fragen beantworten ist und irgendwie auf irgendwelche Kommentare eingehen, Unterhaltung verfolgen und sich dort dann beteiligen. Das ist natürlich nicht der Fall, denn der Community Manager, die Community Managerin macht viel, viel mehr als das. Man ist quasi in der Community in einer Rolle, wo man auf der einen Seite irgendwie so eine Inbound-Rolle hat. Das heißt, man fängt alle Fragen auf und beantwortet alle Kommentare. Aber viel wichtiger an dieser ganzen Geschichte ist diese Outbound-Seite. Man soll halt rausgehen und man soll auf jeden Fall mit der Community sprechen. Man soll proaktiv sein, sich an Gesprächen nicht nur beteiligen, sondern auch diese Gespräche starten. Denn das ist wahnsinnig wichtig, denn Community Managerin ist keine Einbahnstraße. Man beantwortet nicht nur Fragen, sondern man startet auch Unterhaltungen und beteiligt sich natürlich auch an Unterhaltungen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Moderieren. Also halt jetzt nicht dieses typische Banhammer, du musst jetzt raus, sondern man muss sich auch auf die Community kümmern. Man schaut dann auch, was sind denn eigentlich Trends? Was will die Community eigentlich? Vor allem auf Twitch benutzt man jetzt irgendwelche Extensions dort oder benutzt man irgendwelche Polls? Was mag die Community? Gibt es irgendeinen Bot, der gerade wichtig ist oder der gerade populär ist oder irgendwelche Spiele im Chat? Dass man dann halt auch da das dann auch ans Team weitergibt und das einbaut. Man hört natürlich dann dementsprechend auch sehr stark zu, damit man auch genau weiß, was die Community möchte. Und man muss natürlich auch dieses Gehörte wiederverwenden und weiterverwenden, dass diese Information dann auch in irgendeiner Art und Weise auch, ja, dass es gerechtfertigt ist, dass man zugehört hat, dass die Community sich auch gehört fühlt. Und man kann das auch so, wie schön auf irgendwelchen Buzzfeed-Quizzes oder wie auch immer, dann in fünf Regeln packen für Community Management. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Was muss man machen? Man muss auf Augenhöhe kommunizieren. Man sollte auf jeden Fall die Sprache der Community sprechen. Das heißt, man sollte verstehen, was möchten sie eigentlich? Worüber sprechen sie da und in welcher Tonalität? Man sollte sich dann auch dementsprechend auch anpassen. Man sollte respektvoll sein, wenn man respektiert werden möchte. Es bringt nichts, wenn jemand im Chat oder in einer Community sich daneben verhält und dann verhält man sich genauso daneben oder beleidigt den dann zurück. Das ist dann Kindergarten. Das sollte man natürlich nicht machen, sondern man sollte natürlich auch respektvoll sein, damit man auch respektiert wird. Man sollte immer eine stringente Linie fahren. Das heißt, man sollte auch nachvollziehbare Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen dann auch in irgendeiner Form vielleicht auch in einer Etikette oder in einer Chatregel dann auch belegen können, damit auch die Leute wissen, okay, warum wird das jetzt gerade gemacht? Und vor allem, dass halt nicht Community Manager 1 anders entscheidet wie Community Manager 2. Das ist dann auf jeden Fall etwas, was die Leute nicht nachvollziehbar finden und dann sehr schnell es zu unfairem Behandeln das Gefühl dann auch aufkommt. Und man sollte interagieren statt moderieren. Das heißt, wenn jemand einen Fehler macht und sich entgegen der Etikette verhält oder der Chatregel verhält, dann sollte man nicht einfach nur bannen, sondern man sollte erklären und dann in diese Rolle auch gehen und das dann auch dann vermitteln, damit beim nächsten Mal diese Community sich vielleicht anders verhält oder einfach versteht, warum diese Entscheidung getroffen wird. Wenn man jetzt sich mal anschaut, was gibt es eigentlich für Livestream-Plattformen, weil Livestream ist ja nicht gleich Livestream. Auf Twitch verhält sich die Community anders als auf YouTube und es bewegt sich auch eine ganz andere Community auch auf diesen Plattformen. Welche Plattformen gibt es eigentlich, die gerade relevant sind? Natürlich gibt es auch viel mehr. Ich habe jetzt einfach mal einige aufgeführt, wie Twitch, YouTube, Facebook, TikTok und Instagram, wo Livestream stattfinden, wo sich dann auch unterschiedliche Communities tummeln, die auch unterschiedliche Motivationen auch mit sich bringen, warum sie dort sind und was sie gerne auch sehen möchten. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie man dort moderieren kann, weil es gibt ja nicht die gleichen Funktionen auf jeder Plattform, um die Community zu unterhalten oder die Community zu moderieren. Und wenn man sich das mal anschaut und was ich halt auch schon erwähnt habe, ist, es gibt ja dann unterschiedliche Zielgruppen. Da wir ja hier bei dem Gamescom Kongress sind, würde ich natürlich dann auch über die Zielgruppen Gaming sprechen, E-Sport und Casuals, also andere, die sich halt mit anderen Themen befassen. Und wo befinden die sich denn aus meiner Sicht am meisten? Und hier geht es eher so um primäres Verhalten oder um ein durchschnittliches Verhaltensmuster. Primär sind die Gamer zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube unterwegs. Je nach Land, je nach Spiel, je nach Plattform, also je nach Spielplattform. Sekundär sind sie auf TikTok auch unterwegs. Immer mehr Gaming-Streams passieren dann ja auch auf TikTok. Und spezifisch für bestimmte Länder oder für bestimmte Games. Zum Beispiel Mobile Gaming findet sehr viel auf Facebook statt. Und auch in bestimmten Ländern ist auch Facebook sehr spannend für Livestream. Bei E-Sport sieht es da etwas anders aus. Etwas klarer die Linie. Primär findet das auf Twitch statt. Aber immer mehr gehen jetzt halt auch auf YouTube. Und wieder auch da spezifisch für manche Länder, zum Beispiel in Asien oder halt in der Mobile-Zielgruppe ist Facebook da ganz vorne für E-Sport. Wo bewegen sich die Casuals? Sie sind eigentlich überall. Mittlerweile dank unserer Situation, in der wir uns jetzt seit anderthalb Jahren befinden, ist die Casual-Zielgruppe immer mehr zu Twitch gekommen. Auch wegen dieser Formate Just Chatting oder anderer Formate. Auch Celebrities, die immer mehr angefangen haben auf Twitch zu streamen. Deswegen verschiebt sich gerade sehr, sehr viel auf diesen Plattformen. Aber generell, je nach Interesse und je nach Zielgruppe, befinden sie sich dann auf sehr vielen unterschiedlichen Plattformen und konsumieren dort ihren Content. Dementsprechend muss man auch dann seine Ziele oder beziehungsweise sein Community-Management ausrichten. Man sollte sich genau überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Und dementsprechend dann auch überlegen, was mache ich denn dann mit dem Community-Management? Also wie gehe ich da vor? Und wenn man sich dann mal anschaut, Community-Management sollte man, oder die Aufgaben eines Community-Managers oder Community-Managerin, sollte man anhand der Ziele dann auch bilden. Und Ziele sind zum Beispiel Educational-Ziele, also halt die Leute dann halt in irgendeiner Form formieren. Man kann sie unterhalten. Zielgruppengerechte Ansprache könnte ein Ziel der Marke sein oder der Plattform, die da gerade streamt. Markenliebe soll erhöht werden. Oder aber irgendwie höhere Interaktion mit der Community, dass dann auch diese Community-Bindung auch stattfindet. Oder generell halt einfach Community-Bindung als Ziel haben. Und anhand dieser Ziele erst kann man eigentlich entscheiden, was bedeutet jetzt eigentlich Community-Management und was ist eigentlich dann auch meine Aufgabe, wenn ich dann in dieser Rolle bin. Und ich habe mir jetzt mal als Beispiel Education genommen. Was wären da jetzt zum Beispiel Aufgaben, die da halt irgendwie auf den Zettel kommen? Als Beispiel könnte man da nehmen oder als eine Aufgabe, man wählt dann den Bot aus, der zu diesen Zielen passt. Das heißt, mit welchem Chatbot kann ich Leute educaten und dann auch dementsprechend dann auch mein Programm dann auch gestalten. Dann muss ich die Commands bestimmen und die dann eintragen. Dann zum Beispiel Verlinkungen zu Webseiten oder sowas. Man legt eine Legende an, zum Beispiel bei Educational-Sachen gibt es dann wahrscheinlich viel mehr Commands als sonst. Dementsprechend sollten es die Leute in irgendeiner Form nachlesen können und auch natürlich den Streamer, dann auch der Streamerin briefen, welche Commands es sind. Man hat dann aber auch irgendwelche freiwilligen Moderatoren, die am Start sind, die einem helfen, dabei den Chat dann auch zu moderieren. Die sollte man natürlich auch briefen, damit sie auch genau wissen, worauf es ankommt in diesem Stream. Und man sollte auf jeden Fall ein Edutainment-Konzept entwickeln, weil einfach nur drauf losmoderieren oder ja, ich gehe dann jetzt mal dahin und dann werde ich dann mal gucken, was ich da mache. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Und hier habe ich nochmal die Icons aufgegriffen vom Anfang, dass man quasi ein Schwamm ist, ein Concierge, ein Lehrer und ein Kompass und ein Skypture. Man ist dann halt quasi alles Mögliche, wenn man halt in irgendeiner Form dann einen Educational Community Management Stream planen sollte. Was sind die allerwichtigsten Aufgaben jedoch? Weil das sind ja nur Aufgaben, die in irgendeiner Form zielabhängig sind. Es gibt aber auch Aufgaben, die sehr wichtig sind für jeden Community Manager, die auf jeden Fall befolgt werden sollten und die man auf jeden Fall verinnerlichen sollte. Man sollte auf jeden Fall niemanden ausschließen, also dass sich niemand irgendwie alienated fühlt, dass niemand ausgeschlossen wird. Man sollte dafür sorgen, dass ein freundlicher Ton herrscht, man sollte dafür sorgen, dass die Community zusammenhält, dass sie sich nicht gegenseitig in irgendeiner Form ausgrenzen oder dass sie sich anstacheln gegenseitig in irgendeiner Form, sondern dass ein Zusammenhang herrscht, dass also ein Miteinander, dass die Community Spaß hat. Das ist auch die Aufgabe einer Community Managerin oder eines Community Managers. Da kommt dann wieder Cheerleader oder Cheerleaderin dann ins Spiel in dem Sinne. Dann, dass es natürlich keine Beleidigungen gibt, denn sehr schnell können dann auch Leute sich verletzt fühlen, sich gemobbt fühlen und das möchte man natürlich gar nicht. Und man sollte erst reden und dann bannen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch meinem Team sehr wichtig, dass genau so eine Stimmung herrscht. Denn so ansonsten kann einfach keine Community existieren. Dann hat man einfach einen Stream, wo die Leute sich benehmen müssen und wer nicht still sitzt und spurt, der darf dann raus. Das ist nichts, wo dann Leute auch wiederkommen möchten. Und warum ist das alles wichtig? Das alles ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil die mentale Gesundheit, dass die Community oder der Streamerin oder der Streamerinnen oder der Streamers in diesem Falle dann auch beachtet wird und geschützt wird. Denn sehr schnell kann Mobbing entstehen. Sehr schnell können sich Leute daneben benehmen, dass eine bestimmte Person ins Ziel gerät, dass jemand ausgegrenzt wird, dass jemand wegen irgendeiner Sache in irgendeiner Form an den Pranger gestellt wird. Und das sind Dinge, die ein Community Manager dafür sorgen sollte, dass das nicht passiert. Denn die mentale Gesundheit ist das, was wichtig ist für uns. Und wir sind in diesem Chat oder in dieser Community, weil wir Spaß haben wollen, weil wir uns gut fühlen. Vielleicht hatten wir einen schlechten Tag auf der Arbeit oder in der Schule und wollen einfach mal abschalten. Und wenn dann niemand da ist, der einen schützt, wenn niemand da ist, der dafür sorgt, dass dort ein guter Ton herrscht, dass auch der Streamer oder die Streamerin nicht verletzt wird oder nicht beleidigt wird, dann wer soll denn dann diese Leute schützen? Sehr schnell kann es passieren, dass dann Leute einen schlechten Tag hatten, in den Chat kommen, beleidigt werden wegen irgendeiner Sache und dann gehen sie raus und dann geht es dann los mit noch schlechterer Stimmung. Vielleicht färbt es dann auch auf die Familie ab, auf den Freundeskreis. Und genau dieser Auftrag ist der größte von einer Community Managerin oder eines Community Managers in einem Livestream Chat. Denn gerade dort kann sehr viel Schlechtes passieren, wenn wir nicht dafür sorgen, dass diese Leute geschützt werden. Und das war es eigentlich auch schon in diesem Sinne von mir. Ich bin jetzt sehr schnell durch die Präsentation gegangen und wahrscheinlich auch viel zu schnell. Denn ich wollte dafür sorgen, dass ich auf gar keinen Fall wegen der Soundprobleme in irgendeiner Form überziehe. Ich hoffe, ihr konntet da ein paar interessante Fakten mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Ansätze auch für euch mitgenommen und versteht auch, warum das Community Management nicht einfach nur Fragen beantworten ist, sondern es sehr stark dabei helfen kann, dass sich eine Community wohlfühlt und dass auch die mentale Gesundheit der Community dadurch dann auch bewahrt und geschützt werden kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.